die dhv news vom 9 april 2021 bundesregierung zu chemie gras usa new mexico legalisiert cannabis herzlich willkommen bei den dhv news schönen artikel diese woche haben wir gehabt ein presseecho wo der dhv erwähnt wurde und zwar eigentlich ein perfektes presseecho für dieses jahr ich habe ja schon mehrfach gesagt unser schwerpunkt ist die bundestagswahl 2021 wir wollen cannabis zum wahlkampfthema machen und nun kommt dieser bericht auf zdf ein text ja kein video mit der überschrift bundestagswahl 2021 cannabis legalisierung als wahlkampfthema und wir werden da prominent zitiert mit unserem artikel wo es auch darum ging dass die fdp nochmal einen antrag eingebracht hat ich hatte ja letzte woche genau das berichtet dass also nochmal die parteien im bundestag mal ordentlich gas geben die linken auch nochmal einen antrag eingebracht haben die fdp ihre legalisierungs vorstellungen konkretisiert hat und damit werden wir zitiert dass wir auch sagen ja die steuer die die fdp vorstellt ist viel zu hoch wie auch immer auf jeden fall handverband auf zdf überschrift bundestagswahl 21 legalisierung ist wahlkampfthema besser geht es eigentlich gar nicht ja da muss sich jetzt mal loswerden und kommt zum nächsten thema bundesregierung zu chemie gras das war mal wieder thema diese woche dass mittlerweile ja scheinbar häufiger cannabis gestreckt wird oder nicht gestreckt sondern aufgepeppt mit künstlichen cannabinoiden aus dem labor und das war ein nrw thema einer zeitung haben fahnder davor gewarnt und in hamburg hat ein toxikologe vor dem gleichen phänomen gewarnt also langsam wird es immer bekannter dass da was los ist sozusagen und da rein kommt jetzt die antwort der bundesregierung auf eine kleine anfrage der linken die unter anderem zu dem thema gefragt haben auch ganz allgemein noch mal ein bisschen zum neue psychoaktive substanzen gesetz mit dem die bundesregierung versucht ganze stoffgruppen auf einmal zu verbieten um gegen diese ganzen neuen substanzen hervor zu gehen da gab es jetzt ein evo der evaluationsbericht dazu vor einer weile wurde der veröffentlicht wo er wurde zuerst geheim gehalten dann ist er doch geleakt worden da ist ein desaster das ganze gesetz funktioniert nicht auf jeden fall jetzt kommt diese antwort hier und ja die regierung kann gar nichts dazu sagen auf die gretchenfrage wie weit ist das problem überhaupt verbreitet wie viele leute sind davon betroffen wie große mengen des marktes sind davon betroffen auch die bundesregierung weiß es nicht aber im gegensatz zu allen anderen hat man auch den eindruck die bundesregierung will es auch gar nicht wissen und ja auch üblicherweise wird cannabis auch gar nicht getestet auf weder auf streckmittel noch auf künstliche cannabinoide außer es gibt augenscheinliche auffälligkeiten also sieht irgendwie komisch aus das gras oder so oder riecht ganz komisch aber das ist ja eben gerade bei den chemischen cannabinoiden nicht der fall die erkennt man nicht so ohne weiteres insofern kommen die im prinzip auch kaum mal in ein polizeilabor wird gar nicht darauf getestet das heißt die regierung setzt weiterhin hauptsächlich auf die abschreckende wirkung also die erste seite der antwort die vorbemerkung geht es eigentlich nur darum wir haben dieses tolle neue gesetz wir verbieten ganze stoffgruppen wir schrecken damit die leute ab wir sorgen dafür dass weniger von dem zeug konsumiert wird und damit sind wir happy sagt die regierung man hatte den eindruck die regierung hat noch gar nicht verstanden dass hier ganz neues ganz neuer problembereich auftaucht denn bisher konsumieren die leute das zeug ja freiwillig als kräutermischung draufgeträufelt oder so wo alle bescheid wissen dass sagen was drin ist oder auch gleich pur aus dem internet aber dass das halt den leuten untergejubelt wird als normales cannabis ist halt eine völlig neue dimension die leute rechnen nicht damit dadurch sind auch überdosierungen wahrscheinlich ja und ja das hat man den eindruck die regierung hat das noch nicht so richtig verstanden die sagen ja außer diesem repressionsgesetz das ja super erfolgreich ist waren wir auch noch auf unserer seite drug.com.de vor dem thema auch vor künstlichen cannabinoiden im cannabis haben wir auch drug.com.de schon berichtet von daher ist alles gut die welt weiß bescheid ja müssen wir nichts mehr weitermachen sagt die regierung sehen aber keinen weiteren handlungsbedarf aber ist ja auch eine cdu regierung zuständig für das gesundheitsministerium damit auch für diese antworten ist ein cdu minister und was sollen die dazu sagen die einzige lösung für dieses problem ist cannabis legalisierung und das werden die natürlich nicht sagen von daher lieber einen kopf in sand stecken und noch eine weile aussitzen das thema vielleicht haben wir ja nach der wahl eine andere regierung die das ganze ein bisschen ernster nimmt zum thema noch ein kurzer hinweis ich habe am dienstag oder habe schon ein interview geführt aber am dienstag wenn wir es veröffentlichen hier im dhv-kanal ein experteninterview mit karsten tögel linz von legal high inhaltsstoffe.de und dem toxikologen volker auwerter interessantes gespräch freut euch auf dienstag zieht euch das rein und noch mal der hinweis für alle wenn ihr diesen kanal abonniert gleich noch die glocke mit aktivieren damit ihr sowas dann auch mitkriegt wenn zwischen den news am freitags news dann noch mal hin und wieder ein anderes video kommt und jetzt noch mal zum feiertag dieser und der letzten sendung ich habe ja letzte woche schon berichtet new york hat endlich cannabis legalisiert nach sechs jahren diskussion unglaublich lange hat es gedauert aber jetzt ist soweit und jetzt habe ich am mit haben wir letzte woche mittwoch schon gedreht wir waren früh dran ich habe gesagt naja denkt dran ja dann wenn danach noch was passiert kommt das natürlich in dieser sendung nicht vor und es ist noch was passiert bevor die news online gegangen sind hat auch noch new mexico legalisiert unglaublicherweise zwei us-staaten in einer woche das ist bisher nur passiert an den tagen wo volksabstimmungen waren und dann natürlich zur präsidentenwahl gleichzeitig mehrere stattgefunden haben und dann auch mehrere us-staaten legalisiert haben aber die haben beide auf dem parlamentarischen weg legalisiert es sind noch gar nicht mehr so viele us-staaten übrig die überhaupt dieses instrument der volksabstimmung haben die anderen müssen parlamentarisch legalisieren und das nimmt jetzt langsam fahrt auf offensichtlich die beiden sind nicht die ersten aber es sind noch nicht viele und zwei in einer woche ist wirklich historisch ja unglaublich es geht mächtig voran und in der gleichen woche hat auch noch virginia dollen beschluss gefällt und zwar ja die haben auch so einen komischen beschluss dass sie bis 2024 ein legalis gesetz ausarbeiten wollen ist mir noch zu schwammig habe virginia noch nicht dazu gezählt zu den staaten mit legaler cannabis gesetzgebung inklusive shops aber virginia die haben jetzt beschlossen ab 1.7 darf man dort knapp 30 gramm mit sich herumtragen und pro haushalt vier pflanzen anbauen das ist schon mal nicht schlecht für den anfang ja auch wenn die noch nicht ganz legalisiert haben für deutsche ohren schon mal ein träumchen übrigens auch in new mexico darf man jetzt 60 gramm mit sich herumtragen und sechs pflanzen anbauen bis die shops dann auf die straße kommen dauert es noch ein bisschen die üblichen ein bis zwei jahre und das wird aber auch in new york so sein der gouverneur hat wie erwartet in new york auch das legalis gesetz unterschrieben was da noch eine besonderheit ist rauchen in der öffentlichkeit ist erlaubt in new york überall da wo tabakrauchen erlaubt ist und das ist in den anderen us-staaten nicht so ausgerechnet im dicht besiedelten new york oder gerade deswegen weil die leute wenig ausweichmöglichkeiten haben die dürfen da jetzt auch zwischen diesen hochhäusern da in den häuser schluchten dürfen die munter konsumieren auf dem bürgersteig oder vorm eigenen haus oder so in den parks nicht da darf man nicht rauchen aber überall davor und drum rum und so darf jetzt fleißig gekifft werden und die polizei hat entsprechende anweisungen die leute ab sofort in ruhe zu lassen und auch der duft von cannabis aus einem auto zum beispiel ja man riecht da irgendwie 30 gramm frisches gras kein problem die polizei soll da nicht mehr einschreiten also da ging es auch da geht es voran bis zu den shops nur ein zwei jahre aber new york zähl mal mit zur legalisierten weltbevölkerung genauso wie new mexico new mexico hat leider viel weniger einwohner new york ist ja mit fast 20 millionen da wie ein brett eingeschlagen unsere statistik new mexico hat noch gut zwei millionen einwohner aber wir kommen jetzt insgesamt auf 169 millionen menschen die in gebieten leben wo cannabis vollständig legalisiert ist beziehungsweise dann eben jetzt die regeln noch eingeführt werden die shops lizenziert werden aber wo eine legalisierung vollständig legalisierung beschlossen ist 169 millionen menschen da sind wir jetzt einen ordentlichen schritt vorwärts gekommen und wo wir gerade bei der legalisierung in den usa sind kleiner blick nach kalifornien die uni von chicago hat untersucht wie die abgabestellen in kalifornien das verboteinhalten an jugendliche zu verkaufen und siehe da bei 47 testkäufen in 47 verschiedenen shops die cannabis verkaufen hat es keinen einzigen fast stoß gegeben also die haben da sehr jung aussehende leute hingeschickt fake unter 18 jährige sozusagen die kein ausweis dabei hatten und in jedem einzelnen laden sind die nach dem ausweis gefragt worden haben den nicht vorgezeigt und sind in jedem einzelnen laden weggeschickt worden also man sieht jugendschutz bei legalisierung kann funktionieren man darf eben nur nicht das zeug irgendwie an jeder ecke verkaufen in dem kiosk supermarkt was weiß ich tankstelle und so sondern in lizenzierten shops dann funktioniert das auch mit einer hundertprozentigen jugendschutzquote und noch ein thema habe ich vor den terminen und zwar kleiner blick in die schweiz ein blick auf den fortschrittsbalken in sachen cannabis modellprojekte die schweiz hat ja schon vor einer weile beschlossen dass jetzt kommunale cannabis abgabe modellprojekte möglich sein sollen und es gibt auch einige städte die interessiert sind jetzt wurde noch eine entsprechende verordnung dazu erlassen das kleingedruckte sozusagen haben sie jetzt nachgeliefert und jetzt steht fest interessierte städte können sich ab mai bewerben oder können ihr projekt beantragen ab dann wird es bearbeitet also da geht es voran übrigens soll dann bei diesen versuchen in der schweiz nur biogras in hoher qualität abgegeben werden das extra mit beschlossen worden und es gibt keinen konsum in der öffentlichkeit der ist nicht legal also auf dem dorfplatz in bern bleibt kiffen auch mit modell versucht demnächst verboten während man in new york schön zwischen den häuser schluchten sein tütchen anmachen kann und damit komme ich zu den terminen in karlsruhe trifft sich unsere ortsgruppe am 10 april online natürlich alles online koblenz 11 april wieder ortsgruppen treffen unsere ortsgruppe in regensburg trifft sich auch am 11 april die in bochum am 13 april hamburgs klönschnack auch 13 april ortsgruppe hamburg und noch mal ortsgruppe hamburg diesmal bin ich dabei 15 april da ist eine online podiumsdiskussion die unsere ortsgruppe in hamburg zusammen mit den grünen in hamburg organisiert hat ehrlich gesagt weiß gerade gar nicht genau wer da noch bei ist ich bin auf jeden fall dabei steht in meinem kalender also 15 april diskussionsrunde könnt ihr euch angucken weitere details wie immer in der video beschreibung klickt euch durch bis zu unseren terminen da findet ihr den ganzen kleinen kram wie ihr euch da einloggt und so in karlsruhe haben wir dann noch ein treffen der ortsgruppe am 17 april und in oldenburg das auch aufregend erstes treffen zur gründung einer ortsgruppe in oldenburg 20 april interessiert in oldenburg die schon immer aktivismus vor ort haben wollten die sich immer selbst auch aktiv einbringen wollten die gelegenheit 20 april vor 20 in oldenburg erstes treffen gründung der ortsgruppe so damit bin ich fertig für heute muss gleich zum nächsten termin weiter ein bisschen schnell machen hier jetzt also mal eben kanal abonnieren glocke drücken video liken und damit wünsche ich euch noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend hb d d d gott b Untertitelung des ZDF, 2020